Nachdenkseiten Die kritische Website Döpfner-Mails, berechtigte Empörung und viel Heuchelei Ein Kommentar von Tobias Riegel Viele der internen Aussagen des Springer-Chefs Matthias Döpfner sind verstörend. Aber wirklich überrascht muss man vom Grundtenor nicht sein. Außerdem, wenn sich nun eine dysfunktionale Medienlandschaft über Döpfner stellt und ihn als besonders schwarzes Schaf markiert, dann ist das zum Teil Weißwaschung und Heuchelei. Durch ihr jahrelanges Verhalten, unter anderem bei sozialen Fragen und aktuell durch die Corona-Kampagnen und die Kriegstreiberei haben viele Journalisten das Recht auf moralische Überheblichkeit vorerst verwirkt. Auch die Praxis, mit internen Leaks Personen abzuschießen, gehört auf den Prüfstand. Selbst wenn es mal den richtigen treffen sollte. Aus internen und privaten Mitteilungen, Mails oder Chats des Chefs des Axel Springer Verlags, Bild, Welt etc., Matthias Döpfner, wurde kürzlich von der Wochenzeitung Die Zeit zitiert. Das Blatt hatte einen langen Bericht über Döpfner gebracht und sich laut Tagesschau auf Dokumente berufen, die aus den vergangenen Jahren stammen sollen. Es handele sich um Botschaften aus dem engsten Führungskreis des Medienkonzerns. Viele seien vom Springer-Chef selbst. Fragwürdige Veröffentlichungen? Die in den Döpfner-Zitaten teils deutlich werdende inhaltliche Verrohung finde ich sehr befremdlich, aber nicht überraschend. Die Form, wie sie nun veröffentlicht werden, finde ich fragwürdig. Die Motive für den Leak bleiben im Dunkeln. Die Entrüstung in Teilen der Politik und anderen Medien kann teilweise als Heuchelei eingeordnet werden. Andererseits muss Döpfner nicht verteidigt werden. Wenn jemand die Kanäle für eine solche Verteidigung hat, dann er, im Gegensatz zu den zahlreichen Opfern von skopellosen, mutmaßlichen Springer-Kampagnen. Aber die Dinge liegen nicht so eindeutig. Ich schließe mich bei der Einordnung der Vorgänge teilweise diesem Leserkommentar im Forum des Spiegel an. Meine Meinung über Herrn Döpfner ist ausgesprochen negativ. Seine Aussagen überraschen mich auch nicht. Vielleicht, dass man so wenig Cleverness hat, so etwas in Mails zu schreiben und ihre Radikalität. Aber, und dieses Aber ist wirklich sehr groß. In welchem Lande lebe ich, dass Mails von Menschen veröffentlicht werden, ohne dass diese ihr Okay geben? Ja, Herr Döpfner wäre genauso wenig zimperlich. Aber deswegen mag ich ihn auch nicht und seinen Journalismus. Döpfners krasseste Zitate Viele der nun zitierten Aussagen Döpfners sind fragwürdig, gar verstörend. Etwa das bizarre Bild, das er offenbar von ostdeutschen Mitbürgern pflegt. Die krassesten Zitate hat die Berliner Zeitung in einem verlinkten Artikel gesammelt. Die Taz fasst die Essenz der Döpfner-Mails folgendermaßen zusammen. Aus der Zeitrecherche ergibt sich das Bild eines mächtigen Mannes, der die Bundespolitik beeinflussen, Angela Merkel absägen und die Ostdeutschen fertig machen will. Ein Mann, der den Klimawandel eigentlich ganz gut findet, in Trump einen geeigneten US-Präsidenten sieht und die Wahl Kemmerichs zum thüringischen Ministerpräsidenten mithilfe der Stimmen der AfD unproblematisch findet. Er selbst fasst sein Weltbild in einer Nachricht so zusammen. Free West fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Aus dem Zusammenhang gerissene Text und Gesprächsschnipsel Weitere Hintergründe der Schlammschlacht um Springer finden sich in einem weiteren verlinkten Artikel beim Medienjournal Kress. Die Zeit hat laut dem Artikel die Dokumente soweit möglich verifiziert, sowie die Betroffenen um Stellungnahme gebeten, allen voran Döpfner selbst. Zu einem Gespräch sei Döpfner nicht bereit gewesen. Das Medienmagazin Media hat in einem verlinkten Artikel hinter Bezahlschranke aktuelle Erklärungen von Döpfner veröffentlicht. Darin sagt er unter anderem Der heutige Artikel in der Zeit besteht aus angeblichen Gesprächen oder Zitaten privater Textnachrichten. Wir lassen uns an dem messen, was in unseren Publikationen steht. Nicht an angeblichen Ausschnitten aus persönlichen oder aus jedem Zusammenhang gerissenen Gesprächen und Chats. Solche Gesprächsfetzen als öffentliche Statements und Handlungsanweisungen darzustellen, ist falsch. Ich habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Ich habe nicht die geringsten Vorurteile gegen Muslime und habe großen Respekt für die Religion des Islam. Aber ich halte den Islamismus, also die terroristische Radikalisierung des Islam, für eine Bedrohung demokratischer Werte und unserer Sicherheit. Zitat Ende. Er sehe auch den US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump sehr kritisch, so Döpfner, und halte sein Demokratieverständnis für gefährlich, aber manche Entscheidungen oder Äußerungen zu China und NATO fand ich richtig. So kompliziert ist es manchmal. Wie ich denke, so Döpfner, zeigen meine über vier Jahrzehnte publizierten Artikel. Für jedes veröffentlichte Wort lasse ich mich in die Verantwortung nehmen. Aus dem Zusammenhang gerissene Text- und Gesprächsschnipsel können nicht als mein wahres Denken dagegen gesetzt werden. In einem verlinkten Kommentar fordert Media Döpfner zum Rücktritt auf. Es gibt bereits ähnliche Stellungnahmen aus der Politik. Laut Spiegel fordert etwa der Ostbeauftragte der Regierung nun den Rauswurf von Döpfner. Wer hat eigentlich keine verbalen Leichen im Keller? Zum Abschluss einige Fragen, die sich nun aufdrängen. Darf man solche internen, gar privaten Textnachrichten veröffentlichen? Wenn ja, wird das nun auch andere Politiker und Journalisten treffen? Und wäre das zu begrüßen? Und was würde eine Akzeptanz solcher Leaks für interne Kommunikation künftig bedeuten? Stehen die internen Botschaften wirklich für den wahren Döpfner, der sich öffentlich nur gezähmt hat? Und wer hat eigentlich keine verbalen Leichen im Keller seiner internen, privaten Mails? Kann man mit solchen Veröffentlichungen also nicht jede beliebige Person bei Bedarf abschießen? Was sind die Motive für die Leaks? Ein wirtschaftlicher Konkurrent? Ein verärgerter Mitarbeiter? Stehen geopolitische Gründe dahinter? Oder geht es bei dem Vorgang tatsächlich nur um den edlen Willen der Aufklärung? Einige dieser Fragen sind prinzipiell, sie haben mit der Person Döpfner nichts zu tun. Ich möchte Springerjournalismus nicht verteidigen. Und auch nicht die interne Kommunikation Döpfners oder sein Trommeln für Parteien, denen ich nicht folge. Ich empfinde aber die Vorwürfe gegen Döpfner mindestens teilweise als Weißwaschung und als Heuchelei. Vor allem von Seiten jener Journalisten und Politiker, die bereits seit langem unter vielem anderen auf Gebieten der sozialen Frage gegen die Interesse der Bürger wirken und die sich aktuell an der Diffamierung von Kritikern der Corona-Politik beteiligt haben und das nun auch beim Trommeln für deutsche Waffenlieferungen tun. Außerdem gehört das Prinzip mit internen Leaks, Personen abzuschießen, meiner Meinung nach auf einen strengen Prüfstand. Auch wenn es nun, je nach Sichtweise, vielleicht mal den richtigen getroffen hat. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.